heute was geht ab leute heute mit einem video zum ziel morgen ist die tage das wird richtig krass schreibt unten rein in die kommentare falls ihr euch auch so freut wie ich und ja ich habe ein fluss für euch am start ja nichts allzu bewegen dass es gibt immer noch ein bisschen verwirkung hatten sich paar gewünscht dementsprechend hier also erstmal man fängt das hier überhaupt dann cd so wie immer wirklich so wie die letzten wie viel hatten wir jetzt schon 8 19 sowie die letzten cd zwischen 11 und 14 nur anfang 11 uhr ende 14 uhr eine neuheit und anscheinend war es bei md wie auch schon habe ich aber überhaupt nicht bemerkt dass wir es vollkommen mir vorbeigegangen aber jetzt hat man hätte uns eine stunde extra gegeben das heißt eine stunde nach dem cd von 14 bis 15 uhr können wir noch entwickeln und dann noch die attacke bekommen davor war es ja nicht so und anscheinend bei md war es aber schon so habe ich gesagt das ist vollkommen mir vorbeigegangen jetzt haben wir eine stunde nach dem cd zeit uns getan ist durchzugehen wie zu checken und dann natürlich zu entwickeln jetzt sagen die meisten ja ist eh kein problem weil die ihre rechnung haben aber wir wissen ja eigentlich laut nindlich sollten wir keine rechnung was ich sowieso nicht habe dementsprechend muss man das eigentlich alles manuell noch checken sprich das kostet seine zeit und für die vorherigen cd heißt das natürlich dass man da weniger zeit vom cd nutzen konnte weniger fahren konnte und dafür mehr zeit zum checken verwenden musste auf jeden fall eine gute sachen entdeckt muss ich euch loben dafür und für euch jetzt sind wohl jetzt kein stress nutzt das event voll aus und dann könnt ihr danach noch eine stunde eure tage checken und dann schauen was sie da alles entwickelt was gibt es alles beim cd diesmal tanner erhöhte spawns beinahe alles ist dann dann scheinen tanner wo metacross kriegt eine besondere attacke meter märch darauf gehen wir noch ein und ein kleiner bonus also drei stunden lockmodule gibt es natürlich auch noch und ein kleiner bonus ist reduzierte kilometer distanz für deine eier und zwar ein viertel sogar und das blende ich hier auch nochmal ein einfache mathematik aber hier nochmal für euch zwei kilometer nur noch 500 meter fünf kilometer 1,25 7 1,75 und 10 natürlich 2,5 und jetzt mit super inkubatoren noch noch mal weniger zwei kilometer nur noch 333 meter 5 0,83 kilometer also 830 meter 7 1,16 kilometer und 10 1,67 das ist auf jeden fall heftig aber dass sie der leuchten drei stunden also wie viele kilometer kann man schon in drei stunden gehen einer hat es mal berechnet habe ich auch kurz drauf geschaut das habe ich hier noch mal kurz offen und zwar mit einer geschwindigkeit von 10,5 kilometer pro stunde soll man mit einem super inkubator jetzt zum beispiel im 10er in 9,5 minuten brüten können ein zweier mit super inkubator 1,9 minuten also in zwei minuten ungefähr solltest du 330 meter laufen klingt machbar und mit normalem inkubator in drei minuten 2,9 500 meter also ein zweier könntest du sein das wäre dann bei einem 10 kilometer 2,5 kilometer und dafür würdest du ungefähr 14 minuten brauchen heißt man könnte 14 also 15 sagen wir mal mal 4 ist eine stunde mal 3 12 12 10er brüten heißt aber auch du musst konstant drei stunden lang 10,5 km laufen also ich habe den bonus immer schlecht geredet aber an sich wenn man das voll gut ausnutzt sternstück ein und wenn man sich das leisten kann alle eier in super inkubatoren und dann noch eine konstante geschwindigkeit hat dann müsste es eigentlich ziemlich ab rein holen aber ja das haben wir nicht vor wenn ich hier noch mal was ein oder hier ich glaube ich hier und zwar sind das die erwies für hunderter tarnen die sache sei die sagen wir mal zum beispiel jetzt level 21 hunderter tarnen hat 506 bp ein tanzel das zum beispiel keine ahnung sagen wir lernen 22 hat aber schlechter gar wie sagen 90 oder so könnte auch 506 bp haben das heißt es ist ein mögliches hunderter nur das heißt nicht wenn ihr jetzt ein 506 bp kann befängt ist es 100 prozent garantiert ein hunderter das kann natürlich ein 22 sein mit schlechter gage oder 23 und so weiter also ein tanzel das garantiert 100 prozent ist als ihr das findet ist 783 mit wetter bonus weil er kann da nichts wollen und von diesen werten gibt es eigentlich auch immer eine tabelle könnt ihr euch dann ab kopieren wird wahrscheinlich irgendeiner der zuschauer unten in die kommentare posten wenn ja dann dank und schaut doch an dich der das gepostet hat könnt ihr kopieren und dann könnt ihr das in die suche eingeben und dann werden alle möglichen hunderter dann im spiel sortiert gefiltert und das könnte eigentlich wegschmeißen und ich bin nicht mehr darauf eingegangen zum glück weil nächste woche ist zum beispiel glaube ich zeitumstellung da wäre es richtig komisch geworden aber ich weiß im spiel steht neun bis zwölf da steht aber auch gmt plus 0 und da steht in europa mittlerer osten glaube ich oder sowas afrika und indien oder so und ihr könnt euch ja denken dass diese vier orte nicht dieselbe zeitung es gibt sowas das nennt sich zeitzone und wenn in indien 9 uhr ist ist in deutschland nicht nur nur dementsprechend muss man ja seine zeit das maus rechnen das zählt nicht für die deutschen wir haben gmt plus zwei glaube ich dementsprechend 11 bis 14 uhr das war noch mal so ein hinweis für alle die es immer noch nicht gecheckt haben weil es gibt tatsächlich wirklich man glaubt es kommt so viele die das nicht checken und immer noch denken ja 9 bis 12 uhr nicht 9 bis 12 uhr leute aber selbst wenn geht es einfach raus um 9 dann seht ihr ja dass da nichts wollen da könnt ihr noch mal nach hause gehen da können wir noch mal um elf rausgehen noch eine sache ist mir auch noch gerade eingefallen dann sieht man dass ich hier kein skript habe und zwar die attacke meter märsch viele haben gefragt was ist das überhaupt für eine attacke das ist eine stahl attacke muss ich selber auch erstmal nachschauen und die sache ist ja dies gut zumindest auf jeden fall besser als sie dies davor gab und ja so viel stahl an der vergibt es gar nicht also ich kann mal blind sagen würde ich mal sagen dass er der beste stand einfach wird ja ob man jetzt verwendung für stahl hat werden wir sehen aber das war es erstmal von mir viel glück euch morgen für den cd hoffentlich gutes av hoffentlich viele shinies aber wie man leiten und subscriben kommentieren check die anwes ab folgen auf instagram facebook twitter check den shop ab vergesst nicht pokémon ist hier ist business